Hat immer wieder gesorgt. Ah, Valencia, dieses Rennen, es ging richtig ab. Ach, der Kevin steht hinter mir. Ich weiß doch, warum hier zertrickt durch die Kurven sind. Wie, auch noch live on stage? Ach, Juvenal drückt sich auch noch da rein. Juvenal drückt mich dann in die Box, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß, ich hab auch kurz. Der MSC, der drückt sich überall durch. Ja, ich weiß, der sieht doch jetzt. Oh, Juvenal. Nix passiert, nix passiert, alles dran. Oh, da flichten Flügel. Der ist nicht berät, ich gebe ihm, ah shit. Da vom Lotus nicht steigt. Juvenal. Hier. Ja, ich bin ganz früh, weil ich will den anderen nicht hinten drauf fahren. Alter, Sturm. Alter, nur. Ach San, ich wollte dann nur MSC nicht im Hinterrad reinfahren. Alter, was los? Ja, du bist ja wieder nach linksüber geschlossen, aber ich muss gerade vorbeidrücken. Die küssen sich da. Krieg. Ah. War zu weit. Oh, den Sturm, den schnapp ich mir wenigstens. Kommt von mir nicht vorbei. Ich hab ja gesagt, deinen Schrauthaufen mach ich danach. Was denn? Du willst dich da vorbeidrücken, wo es nicht vorbei geht. Krass. Ich hab ja auch mal gehört, ich mach die Linie zu. Den Kressel bin da weg. Oh, Alex, du. Alter. Was? Was? Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ich hab mich vorgesprungen und dann zurück und dann warst du vor mir. Du hast mich voll weggeschoben. Wie ist das denn losgeleckt? Hab ich überhaupt nicht. Natürlich. Ich hab doch voll die Freifläche da, hab ich auch geguckt. Nein! Flügel weg, verdammt. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Was? Wir zielen, Alter. Ich hab mich nicht gesehen, Alter. Du legst auf Position 3. Klasse, ey. Hast du jemanden mit dem Kerben ab, wenn man es verdient? Du. Ey, zahl... Wenn irgendjemand seine Schrottmühe zu Schrott fährt, ne? Zahl ihm ein Kasten Bier. Ey. Ich... 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 Aber das ist dann ja auch Video, ne? Du hättest ja auch in die Box fahren können. Warum sollte ich denn in die Box fahren? Du hast mich da voll in die Boxenmauer fast reingedrückt, ne? Du hast doch gesagt was. Er wollte da irgendwo vorbei, wo es nicht vorbei geht, ne? Ich... Und dann bremse ich an für die Kurve, was macht er? Er schiebt mich einfach weg. Du, du, du hast geleckt. Ach, so ein Blödsinn. Ich hab mich geleckt. Aber ich glaub nicht können. Das ist doch ein richtiger Monaco, ja. Oh, jetzt ohne Flügel durch den dritten Sektor, ey. Das ist der Horror. Ich würd euch ja mal mit dem Lenker bei dir eingreifen, Kevin. Mal ein bisschen mitlenken, ne? Du bist ja nur gegen die Mauer fahrt. Oh Gott, der muss zählen. Ich will gar nicht so schnell fahren. Los, ihr Bimbos. Gibt mal ein bisschen Gas, ey. Der muss zählen jetzt nicht die Kasten, die hier haben. Na, Ju willst ja auch den Pferd. Ich will nur haben, aber ich komm nicht ran. Uh. Er wartet auf seine Müllkarrechen. Ja. Wo ist jetzt Chris? Chris, wo bist du? Ich musste an die Box. Ja. Im Mauerversteck suchen. Dein Hintermann ist auf den härteren Reifen unterwegs. Er sollte langsamer sein als du. Du musst versuchen, eine Lücke herauszufahren. Oh, eine schöne Strecke. Oh, eine schöne Strecke. Da ist er da. Biss dich, Kevin. So, jetzt will ich mir die Kasten-Dier ab. Willst du dich selber abschießen, oder? Die ist Chris. So lief der Deal aber nicht. Da hast du was falsch verstanden. Egal. Wenn mein Auto kaputt ist. Du kriegst einen halben, wenn du ihn abschießt. Einen halben? Das wird uns nicht kaputt machen. Ja. Ist er die Kahn? Ja. Was haben wir? Ich sehe, tut mir leid. Irgendwann habe ich noch was kriegen gehabt. IDRS. IDRS. Wieso wirst du mit der ist? Ich will. Wie ich gesagt. Ach du willst. Ich muss nur mir die eignete Stelle finden, wo ich es schaffe. FDK auch noch kommen. Oh, haben die mir einen falschen Flügel dran gebaut? Ey, ich habe auf einmal Unterstellen. Unterstellen. Das ist ja kein MS. Kein Safety Car. Nee, nee, nee. So läuft das nicht, MSC. So läuft das nicht. Scheiße. Bitte Safety Car. Bitte Safety Car, bitte. Du wirst eigentlich, weil du mit nochmal Stärke stehst. Ja. Genau das haben wir heute. Ich glaube es bleibt in der Box. Es bleibt einfach in der Box stehen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Safety Car. Yeah. Komm wieder ran. Ist das geil. Hahaha. Hahaha.